Schönen guten Tag, mein Name ist Dirk Ahrens und ich leite die Hamburger Diakonie und ich bin Vorstandsvorsitzender der Diakonie Stiftung Mitmenschlichkeit. Hamburg ist Stiftungshauptstadt mit über 1400 Stiftungen. Manch großer Name ist darunter, den Sie ganz sicherlich schon gehört haben. Die allermeisten Stiftungen allerdings sind klein und vielleicht kennen Sie auch eine dieser kleinen Stiftungen, wo Aufwand und Ertrag schon lange in keinem guten Verhältnis mehr stehen, wo es möglicherweise schwierig ist, noch einen funktionsfähigen Vorstand zu finden. Für diese kleinen Stiftungen haben wir uns eine Lösung überlegt, den Stiftungsverbund der Diakonie. Und wie das funktioniert, das erklärt Ihnen jetzt die Geschäftsführerin des Stiftungsverbundes, Jutta Fugmann-Gutzeit. Wir sind die Diakonie in Hamburg. Das heißt, wir kennen uns aus mit sozialer Arbeit und wissen, wie und wo Ihre Stiftung am besten Menschen in Not unterstützen kann. Und so funktioniert unser Diakonie Stiftungsverbund. Aktuell verwalten wir sieben Stiftungen, kleine und große. Das hat einen großen Vorteil. Die gemeinsame Organisation minimiert den Verwaltungsaufwand, sodass mehr Geld für Projektförderung zur Verfügung steht. So können auch kleine Stiftungen viel bewirken. Mein Name ist Henning Kruse. Mein Urgroßvater, Josef Bayer, hat in den 60er Jahren eine Stiftung in Hamburg gegründet für bedürftige und ältere Menschen. Für uns als Familie war es schwierig, diese Stiftung fortzuführen und zu verwalten und auch die Entscheidung zu treffen, wer jetzt genau gefördert wird. Wir haben uns deswegen an die Diakonie gewandt und können jetzt von dem Know-how der Diakonie profitieren und so können wir auch weiterhin älteren und bedürftigen Menschen in Hamburg helfen. Und das sind die Voraussetzungen, dass Ihre Stiftung Teil des Diakoniestiftungsverbundes wird. Der Zweck Ihrer Stiftung passt zur Diakonie in Hamburg. Da wir Menschen in allen Lebenslagen begleiten, passt da ganz vieles. Der aktuelle Vorstand ist bereit zurückzutreten, denn das Modell funktioniert durch Personenidentität in den Vorständen. Sie können aber natürlich weiter mit Ihrer Stiftung verbunden bleiben, zum Beispiel durch einen Beirat. Gegebenenfalls muss die Satzung Ihrer Stiftung leicht überarbeitet werden, dabei helfen wir gerne. Die Verwaltung übernehmen wir kostenlos, denn wir haben hier etwas davon und fördern mit den Erträgen Ihrer Stiftung diakonische Arbeit in Hamburg. Werden Sie mit Ihrer Stiftung ein Teil der Diakonie-Familie. Gemeinsam machen wir Hamburg menschlicher. .. Untertitelung des ZDF, 2020